Sie wollen eine GmbH verkaufen oder auf der Käuferseite erwerben. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Verkäufer verkauft die GmbH-Anteile. Englisch heißen Anteile Aktien Shares, also das nennt man Share Deal. Alternativ können Sie aber als Käufer auch eine neue Gesellschaft gründen. Ich mache ja mal in alle Wolken, das kann ja wieder eine GmbH sein, das kann auch eine andere Rechtsform sein. Und Sie nehmen sich alle Wirtschaftsgüter, diese GmbH hat alle Arbeitsverträge, alle Mietverträge und übertragen diese Verträge, alle Einzelne und diese Wirtschaftsgüter auf ihre neue Company. Das nennt man dann Asset Deal, englische Wort für einzelne Wirtschaftsgüter, die man verkauft. Und wir werden jetzt herausarbeiten, dass der Asset Deal für den Käufer sehr, sehr, sehr viele Steuervorteile bringt und der Share Deal für den Verkäufer Vorteile bringt. Und dann geraten wir in einen Konflikt und dann schauen wir mal, wie wir diesen Konflikt optimal lösen können. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmensteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und ja, solche Kapitalgesellschaften, insbesondere GmbHs, werden auch sehr, sehr häufig veräußert. Wir nehmen einen Veräußerer, der hat idealerweise 100%, es können aber auch zwei Veräußerer sein, 50-50 oder sieben Veräußerer und jeder hat irgendwie 12, irgendwas Prozent, ja, oder 14%. Auf jeden Fall sind sich alle Veräußerer einig, die wollen die GmbHs verkaufen. Es gibt auch einen Käufer oder mehrere Käufer, das ist egal, das funktioniert alles. Und es gibt nun diese beiden Varianten. Im ersten Fall geht man zum Notar und beschließt beim Notar, alle Verkäufer verkaufen ihre GmbH-Beteiligung an den einen oder die mehreren Käufer und ja, es fließt der und der Kaufpreis. Alternativ geht man zum Notar und sagt, ich bin Geschäftsführer der veräußernden GmbH und ich verkaufe als Geschäftsführer der GmbH alles, was ich habe, an die andere grüne GmbH oder die grüne GmbH und Coca-G. Können wir auch mal gleich drüber reden, was da die beste Rechtsvon ist. Da wird man sagen, das ist nicht unbedingt zu beurkunden, diese zweite Variante, der sogenannte Asset-Deal, aber es gibt eine versteckte Regelung, Parkhafen 311b des bürgerlichen Gesetzbuch. Wenn eine GmbH über ihr gesamtes Vermögen verfügt, ist auch das zu beurkunden, also sicherheitshalber auch hier den Schritt zum Notar nehmen und die paar extra Gebühren gerne in Kauf nehmen, damit dieser Vertrag auch wirklich wirksam ist. Was ist nun besser? In der Praxis ist es bei uns so, in der Kanzlei, dass meistens beide sich schon unterhalten haben in der Firma. Häufig ist es auch so, das eine ist der Senior, das andere sind die Junioren. Die sind schon in der Firma, sind die schon angestellt und die sind sich einig, ihr wird das jetzt übernehmen, ihr beiden Käufer. Und wir einigen uns auf einen Kaufpreis von zum Beispiel 1 Million Euro oder 1.000 Geldeinheiten. Ich habe schon gesagt, der Share-Deal, also der Verkauf der Anteile, ist für den Verkäufer sehr gut. Warum ist das so? Wenn er nun 1 Million oder 1.000 Geldeinheiten bekommt, kann er davon seine Anstellungskosten meistens 25.000 Euro für die GmbH-Gründung abziehen, sodass er dann noch 975 Gewinn hat. Die 975, die muss er aber nicht komplett versteuern, sondern es gibt jetzt eine Regelung, dass er davon nur 60% versteuern muss. Das sind dann 585.000 Euro. Und darauf muss er seinen persönlichen Steuersatz ansetzen, der Verkäufer. Bei so hohen Beträgen, deutlich über 500.000 Euro, reden wir also über Reichensteuer, 45% Einkommensteuer, plus so die Kirchensteuer, Gewerbesteuer fährt hingegen keine an. Also wir sind ja bei ungefähr 50%. Wenn ich also jetzt hier eine Steuer von 50% kalkuliere, bin ich bei einer Steuerbelastung von 0,5, also 292,5.000 Euro, die an Steuern, an ein Finanzamt zu entrichten ist. Also fast 30%. Das kann man sich also merken, ein bisschen mehr wie die Kapitalertragsteuer. 30%, die hier nun weggehen. Und am Ende des Tages habe ich hier von 1 Million Euro netto noch 700.000 und 7,5 Kech privat auf meinem Girokonto. Der Käufer hat allerdings zwei Probleme. Problem 1, er hat keine Möglichkeit, Abschreibung vorzunehmen. Er zahlt eine Million Euro aus netto versteuertem Einkommen. Problem 2, er kann in der Regel keine Zinsen steuerlich abziehen. Maximal 60% über das sogenannte Teileinkünfteverfahren muss man Antrag stellen. Aber auch das ist nicht 100%, das ist also nicht so der Knaller. Deswegen wird den Käufer das stören. Er muss eine Million Euro aus netto versteuertem Einkommen zahlen. Wie sieht das beim Asset-Deal aus? Hier gucke ich mir erst die Käuferseite an, weil der Käufer wird sagen, so ein Asset-Deal ist eine tolle Geschichte. Und zwar zahle ich jetzt eine Million Euro Kaufpreis. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Rechtsform der GmbH wählen, spare ich doch schon mal über die Abschreibung 30% sind schon mal 300.000 Euro, die ich quasi vom Finanzamt wieder überwiesen bekomme. Wenn ich als Einzelunternehmen oder als Personengesellschaft kaufen würde, würde ich sogar 50% an dieser Stelle sparen, die ich vom Finanzamt auch an dieser Stelle als Privatperson quasi über die Abschreibungsdauer überwiesen bekomme. Maschinen, die ich für eine Million kaufe, schreibe ich im Nutzungsdauer ab und so weiter. Vielleicht habe ich für 100.000 Maschinen gekauft, für 100.000 habe ich vielleicht Büroausstattung gekauft, dann muss ich mir die AFA-Tabellen anschauen. Und für die 800.000 Euro Puffer, hoch bis zu der einen Million, da habe ich einen Firmenwert. Und einen Firmenwert schreibt man über 15 Jahre ab. Also spätestens nach 15 Jahren habe ich 300.000 oder 500.000 Euro vom Finanzamt erstattet bekommen. Weiterer Vorteil ist, ich kann die Zinskosten, die kann ich steuerlich abziehen. Aus irgendwelchen Gründen hat die GmbH dafür ein Darlehen aufgenommen. Von der Bank muss natürlich Zinsen zahlen und die kann die GmbH auch komplett abziehen. Genauso wie es Einzelunternehmen oder GmbH und Coca geht es als grüne Erwerbergesellschaft auch machen können. Deswegen wird der Käufer sagen, komm, wir machen hier den Asset-Deal und der Veräußerer wird sagen, komm, wir machen hier den Share-Deal. Der Veräußerer würde auf keinen Fall einem Asset-Deal zustimmen, weil wenn er jetzt hier eine Million Euro Kaufpreis bekommt und angenommen, er hat einen Buchwert von ebenfalls 25.000 drin, muss er 975 versteuern. Eine GmbH zahlt ungefähr 30% Steuern. Und wenn ich auf die 975 dann 30% Steuern zahle, habe ich hier an dieser Stelle 292,5. Das heißt, ich mache erstmal in der GmbH einen Nettogewinn. Eine Million kommt rein, 292 ziehe ich ab. Gleicher Betrag wie oben, 707,5. Aber jetzt gehört das Geld der GmbH. Und die GmbH muss es jetzt noch an ihn privat ausschütten. Und dann fällt auf die 707,5 nochmal 25% Kapitalertragsteuer an. Und für diese Gewinnausschüttung gehen also nochmal 100, ich runde an dieser Stelle, 180 verloren, sodass ich am Ende 707 minus 180 nur 527 netto habe. Also ungefähr ein Drittel weniger wie im Bereich des Share-Deals. Und das sind bei uns in der Kanzlei sehr häufig die Praxisfälle, wo sich beide geeinigt haben auf einen Kaufpreis von einer Million Euro. Und beide lassen sich dann von ihren individuellen Steuerberatern beraten. Und der Steuerberater auf der Käuferseite, der sagt, mach unbedingt einen Essay-Deal. Und der Steuerberater auf der Veräußererseite macht unbedingt einen Share-Deal. Und dann findet man sich zusammen. Und was passiert dann? Dann sagt der Käufer, boah, ich wollte eigentlich einen Essay-Deal für eine Million machen. Wenn wir jetzt in den Share-Deal gehen, dann bin ich nur bereit, 800.000 zu zahlen. Der sagt also, wenn ich jetzt hier hochgehe, bin ich nur bereit, 800.000 zu zahlen. Und der Verkäufer sagt, ich wollte eigentlich einen Share-Deal. Wenn du ein Essay-Deal machst, will ich 1,2 Millionen Euro haben, weil ich muss ja mehr Steuern zahlen. Und dann ist es die Aufgabe von unseren Steuerberatern, dieses Problem zu lösen. Meine Damen, meine Herren, dieses Problem haben wir bereits gelöst. Der Erwerber kann eine Holding-Struktur aufbauen mit einer Holding-Struktur, also sogenannte Debt-Push-Down-Modelle, die Struktur auf Käuferseite deutlich verbessern. Das Video, das verlinke ich Ihnen ein Jahr hier oben. Das müssen wir nicht nochmal erzählen. Und mir bleibt da nichts anderes übrig, als Ihnen zu sagen, wenn Sie so etwas vorhaben, rufen Sie an, lassen Sie sich von uns beraten. Wir haben uns auf das Unternehmensteuerrecht spezialisiert. Und dazu gehört auch, dass Unternehmen verkauft und gekauft werden, dann Firmasteuerberater und Rechtsanwälte bei uns in der Kanzlei. Wir beraten Sie dann sehr gerne.